Herzlich Willkommen zu einem weiteren Reaction hier auf dem Kanal. Heute geht es weiter mit einem anderen Video von The Invincible, dem First Gameplay Showcase. Da bekommen wir also mittlerweile ein bisschen mehr Gameplay zu sehen. Ich bin da ziemlich gespannt darauf, ich habe das Video noch nicht gesehen und ja ich würde sagen wir gehen einfach gleich mal hinein. Immer wenn ich solche Roboter hier sehe, auch das gleiche bei Starfield, kommt mir immer die Netflix Sendung Lost in Space in den Sinn. Ich bin da mittlerweile wieder in der dritten Staffel am schauen und bin da ziemlich hype drauf, weil das schon sehr interessant ist und auch wirklich so ein bisschen eben einen eigenen Touch hat und mystisch ist und man sie sehr viel ins Weltall rein interpretieren kann. Im Moment kommen ja auch wirklich sehr viele Spiele raus, die wirklich im Weltraum spielen. Fällt ein bisschen auf so 2023, aber da habe ich ehrlich gesagt nichts dagegen, weil diese Spiele meistens immer ziemlich schön zum Ansehen sind und auch sehr atmosphärisch und einfach so etwas Besonderes sind, finde ich. Weiter geht's. Starwood Industries and 11-Bit Studios Presents First Gameplay Showcase. Auch sehr cool, dass man hier wahrscheinlich mit diesem Fahrzeug herumfahren kann. Die Radiation level ist growing rapidly. Es beginnt zu werden. Ich versuche, dass ich das nicht hörte, Doktor. Kaum ist man nur drin, er ändert sich die Atmosphäre. wait kurz müssen wir ganz kurz nochmal anschauen ja gut ist ein bisschen verschwommen aber seht mal diese details hier in den felsen android 5 macht schon ein pock auf mehr und auch in der demo sah das game wirklich ziemlich gut aus da lief es auch schon besonders besser als hier in diesem video das ist ein bisschen so 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 diese texturen an den felsen mega beeindruckend und mega detailreich so 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 sehr coole bilder haben auch wieder so ein retro touch an sich i'm looking at it now they pierce the hole several meters in diameter and several dozen meters long so so jasna do you hear me yes my head feels like it's bursting from pressure Kannst du weitergehen? Ja, ich bin besser jetzt. Eigentlich, es ist nichts hier, das ich noch nicht gesehen habe. Es gibt viele Metallbücher, die nahe ein Camp waren. Die Kliniken der Bücher sind, wie man es sagen kann, fruitless. Die Kliniken der Bücher sind, wie man es sehen kann. Die Kliniken der Bücher sind, wie man es sehen kann. Wenn ich das hier so sehe, bringt das auch ein bisschen so diese Fort Solis-Vibes. Ich weiss nicht, ob ihr das Spiel kennt. Kam, glaube ich, heute oder gestern es gerade raus. Auch ein Weltraumspiel mit einer spannenden Story, wo man auch nicht genau weiss, was passiert ist. Und alles so rätselhaft erscheint. Kommt mir hier ein bisschen ähnlich rüber. This robot looks like it has started its task and got stuck. What task? This is one of the robots carrying containers with research material. It took the container but never left that place. Why do you think it's stuck? Well, it goes in circles, using the same path. The robot's gone. You must have broken his loop. But I didn't. You must have done something. Never mind. Follow it. The robot's gone. You must have to run away. You must have to run away. What, a robot? No! Antumat! Come on, Jasner! Run! Mega detailreich! Holy Shit! Are you alive? Geiler Effekt. Yes. It's fucked up the robot. The Invincible...Sehr nice. Find yourself on Regis 3 Wie man hier schön sieht kann man das Game mittlerweile auf Steam, GOG, Epic Game Store, Microsoft, Xbox und Playstation Wishlisten habe ich natürlich schon getan, schon vor langer Zeit und das ganze noch dieses Jahr rauskommen. Den Release Termin weiss ich leider gerade nicht. Schaue ich mal ob ich den beim...ne warte, da kam ein Video raus, das den Release Termin verrät. Das schauen wir uns dann auch noch an. Von daher sehen wir das dann bei diesem Video. Und ja, ich bin gespannt, ich möchte das Spiel unbedingt haben. Sieht ziemlich nice aus. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!